Euch ist heute der Heiland geboren. Jesus Christus, Sohn Gottes von Anfang an, hat Fleisch angenommen, Gottessohn und Menschensohn. Geboren von einer Jungfrau Maria, gezeugt durch den guten Heiligen Geist. Was für eine Darbietung, Ehrerbietung, was für eine Gnade, was für eine heilige Gnade Gottes, dass er uns das gegeben hat, was er am meisten liebt, seinen Sohn. Dieser Sohn hat Blinde wieder sehend gemacht. Krüppel konnten wieder gehen. Und dieser Sohn hat ein Wunsch im Herzen. Er möchte dein Herzensheiland werden. Er möchte, dass du ihm die Herzenstür öffnest. Warum? Er möchte, dass du ihm die Herzenstür öffnest, damit er dir aus seiner Gnade, aus seiner Güte und aus seiner Barmherzigkeit ein neues Herz schenken kann. Ist das denn nötig? Ja, das ist nötig, weil du bist tot in Sünde. Du bist auf dem Weg des Verlorenseins. Du bist auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Schmal ist der Weg, der in den Himmel führt und wenige sind es, die darauf wandeln. Breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt und viele sind es, die darauf wandeln. Wer nicht vor Neuem geboren, der geht auf ewig verloren. Möchtest du nicht heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag Jesus die Herzenstür öffnen? An diesem ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 2022 möchtest du da nicht sagen, Herr, komm, ich unterschreibe diese Bankrotterklärung und ich lege diese Bankrotterklärung meines Lebens unter deiner Krippe, aber ich sehe zugleich auch hier das Kreuz. Ich komme zu dir, wie ich bin, aber ich bin mir gewiss, du wirst mich ändern. Ich werde nicht so bleiben, wie ich bin. Denn das Wort Gottes sagt es, dass das ganze Leben verändert wird. Das Alte ist vergangen und das Neue und ein neues Leben wird entstehen. Ich persönlich, ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Als ein Evangelist und Knecht und Sklave Jesu Christi wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du Christus dein Herz schenkst, dass du Jesus deine Herzenstür öffnest, dass du sagst, komm, Herr Jesus, zieh ein in mein Leben. Und wenn du jetzt sagst, Arno, kannst du nicht mal was anderes predigen? Nein, es gibt so viele Glaubensvorbilder, die nichts anderes kannten wie Jesus allein. Ich denke an Ludwig Hofacker, ein Schrei für Jesus, der Vater, einer der großen Glaubensväter des warten-württembergischen Pietismus, des württembergischen Pietismus. Das Slogan, das Hofacker hatte, ein Schrei für Jesus. Nein, ich denke gerade an George Wittfeld und an Georg Müller und an die ganzen Glaubenspartärchen. Sie kannten nur eines und so möchte ich auch nur eines kennen, Jesus allein. Jesus ist derjenige, der zu Recht von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus sagt zu Recht von sich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und du sitzt vielleicht jetzt unter einem Tannenbaum, an einem Tannenbaum, wie auch immer und bewunderst seine Kerzen. Es ist wunderbar, wenn es Licht wird. Und vielleicht steht auf dem Wohnzimmertisch ein Adventskranz mit vier Kerzen. Und alles zusammen ist so wunderschön, so romantisch. Es ist einfach so eine guttune Atmosphäre fürs Herz. Ja, das darf es auch sein und das dürfen wir auch genießen. Aber wichtig ist, dass in deinem und meinen Leben das Licht, das die Sonne der Gerechtigkeit in unserem Herzen ist. Und es gibt nur die eine Sonne der Gerechtigkeit, das eine wahre Licht, Jesus Christus allein. Und an uns Gotteskinder ist zu sagen, die wir schon länger mit Jesus gehen, wir sollten nie vergessen, dass alles Gnade ist. Gnade, die uns gesucht hat. Gnade, die uns gefunden hat. Gnade, die uns glauben lässt. Gnade, die in uns die guten Werke vorbereitet, die wir, getrieben durch den guten Heiligen Geist, im Gehorsam gewirkt durch Jesus Christus, dann allein aus Liebe zu ihm auch tun dürfen. Ich wünsche euch allen noch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch das Nahsein unseres Heilandes und dass wir wirklich von ganzem Herzen singen können. O du fröhliche, o du gnadenbringende Weihnachtszeit. Amen.